Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 10. November 2020. Auf Est-Anul fand heute die jährliche Heißluftballon-Flugveranstaltung statt. Am Morgen ist eine ganze Flotte von Ballons in den blauen Himmel aufgestiegen. Eine der Teilnehmerinnen, Region, fühlte sich wie auf dem Gipfel der Welt, als sie sagte, so hoch in die Lüfte zu steigen war wie ein Traum. Der Bild fühlt sich einfach toll an. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt und... Schockierend. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Baby Schlaf geschlaft. Der 10. November war das Ende Datum dieser Mi-Nachrichten.